Ist das eigentlich keine Falle? Oder muss ich nur hindern, dass wir rauf können? Also, hier machen wir wieder zu. Ähm, das bauen wir dann raus und machen hier einen zweiten Stock rein. So, es sieht eigentlich so gut aus von außen. Und nochmal so ein Baum. So, wir gehen gleich mal hin. Kurz noch diese Blume weg machen, sonst vergessen wir sie vielleicht mal. Die sind gefährlich. Das sind Blumenberries. Blackberries sind das alle. Ja. Da ist noch eine. Da muss man aufpassen. Und ein Chocobo. Zwei Chocobos. Wieso sind die hier überall? Das läuft da. Ich will nicht da erst den Luftspray gesprengt bekommen. Hoffentlich lösen wir das andere Tier nicht aus. Hm. Also, gehen wir mal schauen. Sieht hier nicht so viel. Aber dort ist dabei. Diesen Blumen. Sehr gut. Ein bisschen. Awesome. Samen, Samen. So. Schauen wir mal hier. Was es denn in der Kiste gibt. Uhm? Ah. Aha, ja stimmt. So. Ja, okay, das ist was wir wenigstens gebrauchen können. So, das haben wir auch. Und jetzt gehen wir mal auf den Hügel und schauen uns die Gegend an. Ja, bringt sehr viel. Eine Ruine, Ruinenturm. Dort ist noch ein Baum, den wir finden können. Oh, da unten ist auch wieder ein Minotaur-Labyrinth. Irgendwie die Eingänge sehe ich nicht. Irgendwo muss hier ein Eingang sein. Ja, aber wieder mal kann keine Texturen rendern. Bisschen Barley mitnehmen. Ah, hier ist der Eingang. Da müssen wir etwas auswerfen. Was bräuchten wir denn momentan nicht? Okay, das in Holz umwandeln. So. Gut, ähm, der Baum, der war hier. Genau, da oben sind die Plätze noch. Und, plopp. Ja, toll. So, Blackberry auch nicht. Ähm. Ach komm, soll ich sagen, brauche ich nicht. Die kann ich immer wieder herstellen. Oh, lexical Essenz aber brauchen wir jetzt noch nicht. Ähm. Zuckeraar. Später dann. Auf dem Friedhof ist nichts sichtbar, was von Gunsten wären. Ich tue da. Dort hat es den Siegel gebäut, äh, irgendwie so. Mauer oder so. Mal schauen. Hier gibt es Wölfe. Scheint ein Ofen zu sein, ja. Ein. Ach, endlich. Du da auch bitte. Komm. So. So. Das sind normale blaue Blumen. So. Ja. Es wird wieder Nacht. Gehen wir zurück. So. Gut. Paren wir dann noch das Weizen an und so. Ob wir ein bisschen Essen haben. Und wenn wir ein Heistschwert haben, vielleicht noch eine Rüstung oder so. können wir dann auf leicht stellen heute machen wir es so wir machen sobald wir irgendwo bis weg sind auch vielleicht und wenn wir rings ums haus sind und arbeiten machen wir auf leicht auf peaceful ja das beste ich will einfach nicht das kindersalz in die luft gesprengt wird gut komm du mal hier rüber absetzen bitte und wir machen das baue einmal hier so so und wir machen das baue einmal hier und die seeds also die weizen mal da ein bisschen weiter weg damit es schön aussieht so coden brauchen wir nicht oder wir könnten hier noch ein bisschen so die machen wir hier hin und dann noch ein bisschen mehr barley so und das war jetzt machen wir hier den Rest ja ok haben wir schon mal eine Grundnahrungsquelle ach ich will es nicht hier was will ich hier hin so ja ähm die Bäume will ich noch anpflanzen und dafür brauchen wir Platz wir fällen mal hier ein paar der normalen Bäume so ähm die hier die Axt gäbe auch kaputt ist ein Problem also 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 die Axt gäbe auch kaputt machen wir hier die die machen wir hier und die Großen ein bisschen weiter auseinander so mal schauen ob sie draußen hier oder ob wir noch mehr Platz brauchen oder ob wir noch mehr Platz brauchen aber sonst ist eigentlich alles wachsbar hier oder ein bisschen Licht von der Höhe auch also also gehen wir auf Entdeckungsweise auf Entdeckungsweise so für die Verspreche ähm wir nehmen ein Schwert mit mit zu mit 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 So. Eisen haben wir noch. Das könnten wir nicht machen. Eine Hose. Gut. Reinlegen, reinlegen. So. Okay. Wir gehen hier mal rüber. Dieses komische Gebiet mit den Bäumen. Ganz grün sind. Ja. 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 Ja.